Nur mal das Beispiel von der Geschwindigkeit, das habe ich aus einem Astronomiebuch, der Autor sagt, wäre die Geschwindigkeit um 10 hoch minus 55, das ist eine Zahl, 0, dann kommen 54 Nullen und eine 1. Um diesen Betrag geringer, dann gäbe es schon dieses Universum nicht mehr. 10 hoch minus 55, eine Zahl, 0,54 Nullen und eine 1. Nur die Geschwindigkeit des Universums. Das würde bis hierhin eigentlich schon reichen. Wenn man nur diese Parameter, Geschwindigkeit, Kernkraft betrachtet, dann müsste einem schon aufgehen, dass es schon mit einem unglaublichen Zufall zugehen müsste, wenn dahinter kein Schöpfer steckt. Wenn das nicht ein geplantes Konstrukt ist. Das würde bis hierhin schon reichen. Ich behaupte, alleine die Geschwindigkeit ist ein Beweis dafür, dass dieses Universum niemals durch Zufall entstanden sein kann. Denn was haben wir eben beim Kartenhaus gesagt? Ein Kartenhaus hat so viele Abermilliarden von verschiedenen Kombinationen. Und nur eine bestimmte ergibt dieses Kartenhaus. Das bedeutet, jemand muss die Karten so angeordnet haben. Das passiert nie, weil man die Karten einfach fallen lässt. Übertragen wir das Beispiel mit der Geschwindigkeit auf ein Kartenhaus. Es würde bedeuten, das Kartenhaus bricht schon zusammen, wenn du nur ein Atom nimmst und verschiebst es ein Stück. Das Kartenhaus bricht zusammen. So fein ist diese Geschwindigkeit ausgewählt. Meiner Meinung nach Beweis genug. Aber das ist nicht das einzige Phänomen, was darauf hindeutet. Gehen wir mal nicht ins Universum, wir nehmen einfach mal die Erde. Hinlänglich bekannt ist, dass die Erde einen idealen Abstand von der Sonne hat. Würde die Erde einen Abstand haben, der nur ein Prozent höher wäre von der Sonne, im Durchschnitt gesehen, dann hätten wir vor Milliarden von Jahren schon eine komplett verdätscherte Erde bekommen. Vollständige Eiszeit, ohne Leben. Wäre dieser Abstand fünf Prozent geringer, das heißt näher an der Sonne, dann hätten wir vor vier Milliarden Jahren schon einen Treibhauseffekt bekommen, der hätte jedes Leben unmöglich gemacht. Fünf Prozent näher an der Sonne. Der Abstand ist nicht das Einzige. Das ist nur hinlänglich bekannt. Die meisten Leute wissen das. Es gibt eine bestimmte Lebenszone um der Sonne, da kreisen die Planeten. Und wenn er da drin ist, dann kann es schon Leben geben. Die Erde dreht sich um die Angste, also einen Tag ergibt das in 24 Stunden. 24 Stunden dauert eine Umdrehung der Erde. Wären das 30 Stunden, gäbe es die meisten Pflanzen nicht. Das wäre zu langsam, die wären der Sonne zu lange ausgesetzt. Wenn es 20 Stunden wären, das wäre wiederum zu kurz. Für die meisten Pflanzen zum Existieren, 20 Stunden zu kurz. 24 Stunden ist ein perfekter Wert. Besser kann man es nicht machen. Es gibt viele andere Planeten, da ist das nicht so. Wir kennen den Planeten Jupiter, der dreht sich um die eigene Achse in zehn Stunden. Das ist ganz normal. Für das Leben hier viel zu schnell. Der Planet Venus dreht sich um die eigene Achse in acht Monaten. Acht Erdenmonate, eine Umdrehung. Leben gäbe es nicht. Das ist ganz normal. Aber wir haben hier den perfekten Wert, wie man ihn besser nicht hätte machen können. Die Erdachse steht nicht senkrecht. Die ist geneigt. Um 23 Grad. Deswegen seht ihr es häufig auf Abbildungen, dass die Erde nicht so gerade abgebildet ist. Immer meistens so ein bisschen schief. Umkreist dann um die Sonne. Dieser Wert von 23,5 Grad ist optimal. Das ist der Grund, warum wir hier Jahreszeiten haben. Wenn die Erdachse nicht geneigt wäre, sondern gerade, dann gäbe es keine Jahreszeiten. Und wenn sie zu viel geneigt wäre, dann hätten wir ganz extreme Jahreszeiten. Super heiße Sommer, super kälte Winter. Leben gäbe es damit nicht. 23,5 Grad ist ein optimaler Wert. Warum 23,5 Grad? Das ist nicht hundertprozentig geklärt. Was Wissenschaftler vermuten ist, dass es vor langer Zeit einen Einschlag auf der Erde gegeben hat. Dass ein Komet oder ein Meteorit angeflogen gekommen ist, hat die Erde getroffen und die Achse verschoben. Auf 23,5 Grad. Das würde aber nicht so bleiben. Im Laufe der Zeit würde sich diese Achse weiter verschieben. Was sagen die Wissenschaftler? Vermutlich ist auch durch diesen Aufprall entstanden der Mond. Der Körper hat die Erde getroffen. Gesteinsmasse wurde rausgeschleudert und ist als Mond in der Umlaufbahn geblieben. Und dieser Mond stabilisiert diese Erdachse. Der sorgt dafür, dass sie nicht weiter kippt in die eine oder andere Richtung. Der mit seiner Anziehungskraft geht um die Erde herum und zieht immer so ein bisschen daran. Das heißt, wenn die Erde abweichen will, zieht er sie immer so ein Stück gerade. Gäbe es diesen Mond nicht, würden wir hier nicht sitzen. Das heißt, der Mond ist nicht einfach nur so schön anzugucken oder für Kalenderberechnungen, sondern er hat einen Sinn hier für das Leben. Dass wir solche Treffer, solche kosmischen Brocken nicht ständig haben, das liegt daran, dass wir ein bisschen weiter draußen einen Riesenplaneten haben, der diese Treffer einfängt. Das ist der Jupiter. Das ist der größte Planet bei uns im Sonnensystem. Der fängt die meisten Brocken ein, bevor die hier auf der Erde aufkommen. Wenn der nicht da wäre, dann wäre das ganz normal, dass bei uns so Brocken einschlagen wie vor 65 Millionen Jahren bei den Dinosauriern. Und regelmäßig würde das ganze Leben auf der Erde vernichtet. Die Größe der Erde ist eigentlich optimal ausgewählt. Wenn sie zu klein wäre, wie andere Planeten, dann kann die Erde keine Atmosphäre aufhalten. Die Atmosphäre verflüchtet sich ins Weltall und wir hätten hier keine Lufthülle. Wenn die zu groß wäre, dann wäre die Erdanziehungskraft oder könnte sie zu groß werden, dass wir hier überhaupt leben könnten. Als Beispiel mal den Jupiter, das ist der größte Planet. Ein Mensch, der hier auf der Erde 70 Kilo wiegt, der würde auf dem Jupiter 22 Tonnen wiegen. Ungefähr. Das ist, weil er so groß ist, der Planet ist so groß, die Anziehungskraft ist so groß und zieht deswegen die Menschen stark an. Das ist das Gleiche auch mit anderen Lebewesen. Das heißt, mit so einem großen Planeten oder auf so einem großen Planeten könnte Leben in dieser Form nicht existieren. Wir haben von der Atmosphäre gerade gesprochen. Wir brauchen eine ungefähre Größe, die eine Atmosphäre zumindest an dem Planeten fesseln kann. Und zwar nicht irgendeine Atmosphäre. Die Atmosphäre hier hat einen Sauerstoffgehalt von 21%. Und Sauerstoff brauchen wir auch zum Leben. Wenn es wenig, wesentlich weniger wäre, ein paar Prozent weniger als 21%, dann wäre das so wenig, dass wenn wir ein Stockwerk hochlaufen würden, über die Treppe, vollkommen aus der Puste werden, weil der Sauerstoffgehalt zu gering wäre. Wäre ein paar Prozent höher, das müsste ja eigentlich optimal sein. Reiner Sauerstoff für die Menschen, das ist ja eigentlich perfekt. Zum Atmen wunderbar. Ist aber nicht nur für Menschen gut, der ist auch fürs Feuer gut. Und was Wissenschaftler sagen ist, wenn er ein paar Prozent höher wäre nur, dann hätten wir hier regelmäßig Waldbrände, die innerhalb von wenigen Jahren schon nahezu alle Wälder auf der Welt vernichtet hätten. 21% ist optimal. Noch dazu müssen wir den ja irgendwie konstant halten. 21% Sauerstoff, das müsste sich ja mit der Zeit ändern. Denn Menschen verbrauchen Sauerstoff. Menschen atmen Sauerstoff ein und geben Kohlendioxid wieder ab. Pflanzen sie wiederum, nehmen Kohlendioxid auf und produzieren Sauerstoff. Jetzt haben wir es auf der Welt, auf der Erde hier, so geschickt eingerichtet, dass sich die Sauerstoffproduzenten, nämlich die Pflanzen, und die Menschen und Tiere, die halt Sauerstoff verbrauchen, ungefähr die Waage halten. Das heißt, so viele, wie die Menschen und Tiere an Sauerstoff verbrauchen und Kohlendioxid produzieren, das wird von den Pflanzen wieder optimal ausgeglichen. Das würde nicht funktionieren, wenn es nur Menschen und Tiere gäbe oder nur Pflanzen. Man braucht dieses Gleichgewicht. Wir haben gerade auch über Kohlendioxid gesprochen. Das gibt es in geringen Mengen in der Atmosphäre. Circa einen halben Prozent, 0,5 Prozent. Und die sind wichtig. Kohlendioxid kennen wir aus jetzt besonders wieder aktuellen Diskussionen über den Klimawandel, weil Kohlendioxid ein Treibhausgas ist. Und das ist nicht verkehrt, was die Leute sagen. Kohlendioxid ist ein Gas. Wenn es zu viel in der Atmosphäre ist, dann heizt sich die Erde auf. Das hat man entdeckt im 19. Jahrhundert. Da haben Wissenschaftler die Durchschnittstemperatur der Erde ausgerechnet, wie sie eigentlich sein müsste. Die haben gesagt, von der Sonne kommt so und so viel Energie. Und wir haben auf der Erde so und so viel Wasser und so und so viel Land. Wasser und Land, das nimmt so und so viel Energie von der Erde auf, gibt so und so viel ab. Es müsste ungefähr eine Durchschnittstemperatur auf der Erde sein von minus 14 bis minus 20 Grad. Das ist ungefähr die Temperatur im Gefrierfach. Haben wir aber nicht. Wir haben hier schnuckelige plus 20 Grad. Und die haben wir aufgrund des Kohlendioxids. Und weil der Kohlendioxidgehalt 0,5 Prozent ist. Diese Wissenschaftler sind damals sofort auf die Idee gekommen, dass es irgendein Gas in der Atmosphäre geben müsste, was einen Teil der Energie, die von der Sonne kommt, aufhält. Wie in so einem Treibhaus. Dadurch hat man dieses Treibhausgaskohlendioxid entdeckt. Gäbe es das nicht, hätten wir eine durchschnittliche Temperatur auf der Erde wie in einem Gefrierfach. Für die Erde nicht weiter tragisch, aber für das Leben, für die meisten Lebensformen tödlich. Ganz vergessen hätte ich beinahe das Magnetfeld der Erde. Genauso wichtig fürs Leben. Wir haben hier ein Magnetfeld auf der Erde, was durch den Erdkern vermutlich erzeugt wird. Der Kern der Erde ist flüssig und es gibt andere Schichten, die rotieren da rum. Das Ganze ist aus Metall und deswegen geht man davon aus, dadurch entsteht das Magnetfeld. Ganz geklärt ist das nicht. Das Magnetfeld sorgt dafür, dass schädliche Sonnenstrahlung nicht auf die Erde kommt, sondern an die Pole vom Magnetfeld, sprich Nord- und Südpol, umgeleitet wird. Ich glaube nur zum Nordpol. Das heißt, das Magnetfeld hat nicht einfach die Funktion, dass wir einen Kompass benutzen können und wissen, wo Norden ist, sondern es schützt das Leben hier auf der Erde. Es gibt eben einen Hollywood-Film, der heißt The Core, der innere Kern. Da sind viele physikalische Unmöglichkeiten drin. Aber die Idee hinter dem Film ist richtig. Würde der Erdkern nicht mehr rotieren und würde deswegen das Magnetfeld zusammenbrechen, dann wäre es auch ganz schnell vorbei hier mit dem Leben. Ohne Magnetfeld der Erde, obwohl es sehr, sehr schwach ist, könnte man nicht existieren. Dazu kommt noch der Wassergehalt auf der Erde. Wir haben hier eine optimale Menge von Wasser. Ohne Wasser könnten wir nicht existieren. Jetzt könnte es ja in der Vergangenheit passiert sein, dass immer mehr und immer mehr Wasser kommt. Wir haben ja schon Milliarden von Litern hier. Aber betrachtet man einen Schnitt durch die Erde und würde man sich angucken, wie die Kontinente und die Ozeane geformt sind, dann stellt man fest, dass genauso viel Wasser auf diese Erde gekippt wurde, dass der Wasserspiegel bis zum Raub